Im November 2013 hat deine Tour begonnen Hör auf dein Herz und du bist ja dann in vier verschiedenen Ländern auf Tour. Wo spielst du denn am liebsten? Diesen Winter bereisen wir doch verschiedene Länder, das heißt Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien sind wir dieses Mal auch. Ich kann aber gar nicht sagen, wo ich jetzt zum Beispiel am liebsten spiele. Es ist schön zu Hause zu sein, natürlich, aber genauso bin ich gerne in Deutschland, freue mich total auf Italien und dass eben auch wieder zwei Termine in der Schweiz dabei sind. Also ich bin überall gerne. Was erwartet deine Fans auf der Tour? Was die Fans erwarten können, ist definitiv eine energiegeladene Show. Das kann ich schon mal versprechen, weil die Jungs aus der Band und ich, wir sind echt schon richtig heiß auf die Bühne wieder. Also endlich wieder eine eigene Tour, die doch relativ lange geht, Dezember, Jänner und wir sind einfach echt richtig heiß. Und es gibt natürlich alte Songs, neue Songs, vieles aus dem neuen Album, aber eben auch sowas wie Ich lebe, Engel fliege eins und das darf nicht fehlen. Von November bis Januar stehen insgesamt 26 Termine an und ihr seid viel unterwegs. Bleibt dabei eigentlich Zeit für deine Privatsphäre? Wenn man auf Tour ist, dann ist es natürlich so, dass die Privatsphäre ein bisschen zu kurz kommt, wenn man einfach eben Soundcheck, Interviews und dann am Abend das Konzert jeden Tag in einer anderen Stadt. Aber man muss sich die Privatsphäre halt einfach nehmen, wenn man sie braucht. Das heißt, vielleicht in den Nightliner zurückziehen oder im Hotel oder was auch immer und in der Ecke sitzen und vielleicht Buch lesen. Also ich habe zumindest immer eins dabei und wenn ich Privatsphäre brauche, dann nehme ich sie mir einfach immer. Wie ist es, jeden Tag in einer anderen Stadt unterwegs zu sein und aufzuwachen? Auf Tour zu sein ist für mich ein bisschen wie, ja, hat ein bisschen auch was mit Urlaub zu tun eigentlich. Wie so eine Riesen-WG, die da unterwegs ist mit der Crew und ich eben. Und das bin so ein bisschen, ja, die Henne im Korb mit 13 Jungs unterwegs und ja, wie eine große Urlaubsfahrt. Und man sieht so viel, man reist in verschiedene Länder, in verschiedene Städte, hat am Nachmittag vielleicht noch Zeit, sich ein bisschen was von der Stadt anzusehen und hat jeden Abend andere Menschen vor sich und kann die sozusagen beglücken mit seiner eigenen Musik. Das ist, ja, Urlaubsviel. Ihr habt ja ein besonderes Fanticket im Angebot. Was genau hat es damit auf sich? Wir wollten bei dieser Tour unseren Fans einfach etwas Besonderes bieten und hatten dann die Idee, dass wir ein spezielles Fanticket sozusagen machen. Das heißt, es gibt 50 Tickets in jeder Stadt. Die sind limitiert. Damit kommt man dann eben früher rein. Das heißt, man hat keine Wartezeiten. Man bekommt einen speziellen Fanpass, einen Becher, so einen Fanbecher mit, ich höre auf mein Herz-Design, beziehungsweise einen Tour-Poster der jeweiligen Stadt. Und das Ganze gibt es aber nur eben über meine eigene Handpage www.kristinastürmer.at. Ja, du setzt dich ja sehr für soziale Projekte ein. Und in dem Fall ist es ja auch wieder so, und zwar ein Euro pro verkauften Ticket wird ja für die Brustkrebsprävention gespendet. Wie kam es eigentlich dazu? Das Thema Brustkrebs liegt mir einfach, ja, schon seit längerem einfach am Herzen. Und deshalb haben wir beschlossen, dass pro verkauften Ticket ein Euro an Brustkrebs Deutschland e.V. geht, beziehungsweise an die österreichische Krebs-Hilfe. Ja, ich danke dir recht herzlich für dieses Interview und für die Informationen für all die Hörer und deine Fans. Für dich selber noch ganz viel Erfolg und viel Glück bei der Natur. Und ja, lass es dir gut gehen. Ihr hörtet gerade Christina Stürmer und Shane Zui von Newcomer FM. Vielen Dank. Tschüss.